Ich krieg einfach wirklich Schmerzen von Diamandix, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich krieg wirklich Schmerzen, aber vielleicht will das Gott einfach so. Also ich sollte vielleicht hier rein warden oder wie macht man das? Und dann recall ich für Sweeper oder so ein Zeug. Wäre sehr guter Pick gewesen, du meinst es als Support. Als Support wäre das schon Ballsy. Warum hat die Cleanse dabei, wegen Exhaust? Ich will eigentlich in der Lane starten, aber gut. Ich frage mal kurz hier, do we all in Level 2? Also ich bräuchte vielleicht noch so ein Kommando von meinem Amigo. War der da jetzt schon drin? Wichtig, dass ich meinen Stun hätte. Okay, sehr, sehr guter Trade hier. Mordecaiser junglet sich runter, unser Jungler junglet sich hoch. Wichtig, sehr guter Trade hier. Oh, ein 10 gespielt von mir. Nice one. Ja, ich hab's mir fast gedacht. Ah, ich wollte, ich wollte, ich wollte die Lane unbedingt, unbedingt freezen für ihn. Ich werde, oh shit, ich hab mir gar nicht angeguckt, was ich kaufe. Ähm. Radiant hat auch höchste Winrate. Okay, maybe können wir hier nochmal, nochmal, nochmal aufhalten. Ah, Backpot kann ich nochmal aufhalten. Okay. Okay. Oh, ich hätte ihn nicht allein lassen dürfen. Ich troll. War my bad. Ups. Ich muss auch Träne kaufen, oder? Okay. 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 Ich war mir honestly nicht sicher, ob es funktioniert, ne. Ich muss die Wave hier reinkriegen Ich hätte vielleicht auch lieber heilen sollen Anstatt irgendwas anderes machen Aber Kill an den geben ist Kill an Ihr wisst schon, ein Rakan geben Das mattert nicht so wie Ja, ein Xayah, obviously Warte, ne, ich mache jetzt so Und so Warte mal, ich habe mir Das gar nicht gekauft Okay, sweet Flash von Xayah war das hier auch Die Taublin ist auf jeden Fall stark Wir sind auch stark Wir haben keine Info wo Wo der Amigo ist, ne Ich will den, ich will den, ich will den, ich will den Ich muss hier auto attacken Für Fähigkeiten Mehr kann ich nicht machen Ich komme dann, ich komme da nicht hin Okay Wie ist Wave State? Ich lasse den nicht auspushen Ich lasse den nicht auspushen Ich lasse den nicht auspushen Ich hätte das reinflashen können Das wäre sick gewesen Oh, ich würde sie anflashen Nice Geil Tarik Tristana, Leute Dafür leben wir Dafür leben wir Wie wir die Botlane hier auseinander nehmen Von einem Outerfield Jungler Auf Tariks Support Werden die hier so zerstört, ne Oh, Manometer Oh, Manometer Na Geil Geil, 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 Geil Tristana, Junge Das Tristana Play eben war krass, ne Wie sie dann drei Leute reinflasht Und dann zwei Leute tötet und rauskommt Das war echt nicht schlecht Ich habe zwar nicht genau verstanden Wie das funktioniert hat Aber Was sick Elise W-Stahl Ich will es nach mal David Hasselhoff Der Kluft Plus plus Ja, es ist schwierig Es ist schwierig eine richtige E zu setzen Junge, Junge, Junge Toplane auch komplett verloren war Oh, warte mal Da ist keine Wave mehr Ich habe zwar Keine E getroffen, aber Ja, ich habe halt geultet Mehr musste ich nicht Oh, lol Mehr musste ich auch nicht machen Ja, wir können das nicht machen Ja, ich meine Wir können das machen Ich habe mich versprochen Ich habe mich einfach Gerade actually versprochen Nice Wir stompen Wir stompen die ja Absolut aus dem Leben Einfach Ist ja mega geil Warte mal Dann komme ich auch noch mit Und nehme den Turm Geil Geil Ja, wie lange wollen wir hier eigentlich noch botlane bleiben und die fighten Rode of Ages of Custardine 10,3 AD Carry Tristan Atarik, Leute Da Oh, Mann Einfach geil Wisst ihr? Das ist wirklich geil Ich laufe dir jetzt einmal die ganze Zeit hinterher Und zusammen werden wir die Ultra wegkloppen Dein Tarik ist geil Ja, gut Dann Dankeschön Chiara May Danke dir Für die Rose Ich laufe dir jetzt halt einfach hinterher und sorge dafür, dass sie überlebt Das ist alles, was ich machen muss Oh mein Gott Ja, geil Gutes Game, meine Damen und Herren Gutes Game Ich kümmere mich schon mal hier um Oh, close Your team has destroyed a turret An enemy has been slaved Ah, ich sterbe Dafür kriegst du ihn Geil Ja, war doch ganz geil eigentlich, oder? Hat mir gefallen Was kauft man sich so für Boots? Kauft man sich Ionien, oder? Oder was macht man? Was macht man da Feines? Ja, Ionien sieht gut aus Okay Nee, ich bin Ich bin Ich bin actually halt auch saustark, ne? Also mit Ich hab Radiant Oh Gott, Tristana hat drei Items Junge, Junge, Junge Oh, was? Oh mein Gott, ist das belastend Oh mein Gott, ist das doppelt belastend Oh, ich bin da für dich, Schätzelein Gewinnt sie das? Ja, ich war auch dabei Ja, na? Gut, meine Damen und Herren Könnte ja jetzt auch aufhören zu spielen Ist jetzt vorbei Die ist so fett Eikaramba Ich cover top lane nochmal Okay, brauche ich auch nicht mehr Ja, nice Das sieht doch gut aus Also Ich meine Junge, Junge Wir haben die Botlane so verprügelt Ei, ei, ei Das muss ja echt wehtun, ne? Also das muss ja echt richtig wehtun Für die Gegner 16,3 Tristana Ui, ui, ui Ich glaube, mit Olaf zusammen Wäre es halt auch sehr nice, ne? Aber ich glaube, die Tristana ist gerade einfach noch stärker Ich glaube, ich gerne mache Was ist mit ihm denn jetzt? Ich komme top Manchmal liebe ich das Game Einfach jetzt das dritte Game in Folge Dass jemand nicht mehr spielen will Und AFK geht Was ist das? Geil Einfach nur schön Danke dir für deinen Twitch Prime Das ist merkwürdig Ja, wir haben die Botlane so gestoppt Mein Tarik Mein Tarik WCFBKing Ich danke dir für den neuen Motto, mir amigo Kuss hier raus Darfst dir einen Namen aussuchen Sehr appreciated Appreciated Ja, war ein gutes Game, ne? Psycho-Angie Psycho-Angie Gefällt mir Gutes Spiel, Psycho-Angie Wir beide Ich danke dir Ich danke dir Ich danke dir